Ich bin Sam Antamaten aus Zermatt. Das Ziel des Projekts ist zu zeigen, was wir vor der Borte haben. Darum sind wir in verschiedene kleine Orte in der Schweiz freireiten, um neue Abfahrten zu machen, neue Berge zu sehen, aber auch die Mentalitäten der Menschen. Ich bin aufgewachsen hier in Zermatt. Die Berge hier in Zermatt war mein Kinderspielplatz und auch jetzt der Erwachsenenspielplatz. Das spezielle an Zermatt ist der grossen Höhenunterschied von 3800 bis 1600 Meter. Du kannst das ganze Jahr eigentlich Skye fahren. Zermatt ist für mich der perfekte Ort für ein kompletter Skifahrrad zu sein. Ich kann am Anfang des Winter eher in die tieferen Regionen fahren und nachher, wenn es dann Richtung Ende Winter geht, kann ich mich auf den Viertäusiger ausprobieren. Und das ist eigentlich genial. Als erstes realisiert man das glaube ich nicht so, dass man eigentlich genau das vor der Borte hat, was einmalig ist auf der Welt. Und dadurch, dass ich viel an der Reise war, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so weit muss gehen. Wenn die Verhältnisse gut sind, dann haben wir eigentlich das Paradies hier in der Schweiz. Warum ich auch viele neue Gebiete anschauen will, ist eigentlich, neue Abfahrten zu machen, neue Berge zu sehen, Verhältnisse kennenzulernen, aber auch die Mentalitäten der Menschen. Das Ganze darum und daran ist eine Suche nach neuen Erfahrungen. Und das Ganze darum geht, dass ich mich nicht um die Halbwälte wenn man im Land lebt, wo das Skifahren so viel Tradition hat und so gut ist. In der Schweiz haben wir so viele sensationelle, auch kleine Skigebiete. Ja, speziell an einem kleinen, unbekannten Gebiet ist sicher immer wieder, dass es eine Überraschung ist. Darum suche ich jetzt explizit ein auf dem Niveau Skigebiete, wo ich neue Abfahrten machen kann. Wir haben so viele kleine Skigebiete in den Alpen, die Potenzial haben und wo man sich freier bewegen kann. Ich kann eigentlich in der Schweiz umeinanderreisen und auswählen zwischen 50 verschiedenen Skigebieten. Wenn wir genau so viele Spielräume geben, nur ist es vor der Häusbord. Und das ist der grosse Unterschied. Darum sind wir in Zermatt gestartet und haben verschiedene kleine Orte in der Schweiz gezeigt. Alles in allem war es ein super Erlebnis. Ich freue mich, weitere neue Orte zu entdecken.